hallo herzlich willkommen zu der nächsten folge von fifa 19 ufer rumba also wir werden jetzt die packs gleich von der weekend league und von den walds öffnen jetzt ein trikot bekommen da ist oder vier stück sogar ja wie gesagt wir machen jetzt die ford champions rewards auf da bin ich leider nur silber 1 geworden ein sieg an gold 3 wieder vorbeigeschramm da war heißt wieder das erste mal wo es ein bisschen schlecht lief aber gut da können uns jetzt nix wenn wir nichts machen der suche der nächsten woche wieder also jetzt am wochenende wieder bisschen besser zu werden aber kann man nicht versprechen kann und erzählen wir denn wenn es soweit ist jetzt machen wir erstmal spielerwahl objekt auf hier und natürlich das trikot fertig doch glaube gleich aktivieren jetzt gucken wir mal auch nice lozano von erwin lozano den nehmen wir natürlich mit den wollte ich nämlich sowieso haben wunderbar da kann ich schon mal nicht mehr gern würde ich sagen wunderbar den wollte ich echt sowieso haben das kann ich jetzt gestern noch gesagt aber wunderbar passt oder würde ich sagen wir holen uns auch gleich die rivals belohnung ab und dann machen wir alles auf so wie in dem will er tätig und mit lozano bin ich wirklich zufrieden da ist natürlich wieder rang eins hat das klar wir wissen fünf falls jemand wissen möchte so und jetzt die packs jetzt geht's los und ich bin ein bisschen erkältet falls euch wundert irgendwie keine ahnung bildschirm ist da deutschland z m jubel er wird verkauft den verkaufen wir den verkaufen wir oder nennen wir mit noch ein jumbo premium pack und und ja ja Ve hed jetzt kurz zeitig an nuhr mal gedacht aber er ja auch zu viel verlangt Team-spieler-fitness, spieler-fitness brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich auch nichtター단 brauche ich auch nicht brauch ich auch nicht so jumbopremium ich weiß gar nicht was perfekt das jetzt war aber gut da kommt was gutes raus auch mal der gleiche musik los aber gut ansnächst machen das war ja fast komplett wieder kann ich alle auf dem transfermarkt donnern ist jetzt schon ein bisschen enttäuschend aber wir haben ja noch seltene spieler pack und zwei mega wegs kommen haben wir da ja inform italien ziv silvestre naja immerhin inform sagt man immerhin ein inform aber naja mal gucken was wir für den kriegen aber wird nicht viel sein glaube ich mega pack na 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 guck nicht hin vorne das gibt's doch nicht schon wieder den bau dreimal alle dreimal den bau ja dann dann also irgendwie da fühle ich mir jetzt ein bisschen getrollt von ee muss ich sagen so ein bisschen da machen sie ein bisschen auge die kollegen da bin ich nicht mit zufrieden so nächstes ding und jetzt kommt wieder brasilien und dann lass mich kaputt das ist naja also weiß nicht da bin ich echt fast schon ein bisschen enttäuscht von den packs fast schon ein bisschen enttäuscht von den packs aber würde ich sagen würde ich sagen wir hören uns denn nächste woche wieder und ja haut rein dann